Ein bisschen gestalten, dass du bis auf halbe Meter kommst und machst einfach wie das Stritz hier und so. Ja, wie zoome ich denn da? Das würde ich nicht machen, ich würde das durch Annähern der Kamera machen. Einfach um mich herum gehen so ein bisschen. Von der Nähe die Hände nehmen. Ja, meine Damen und Herren, das ist die Melkanlage. Hier Helos Pavlovs drückt und trainiert seine Armmuskulatur. Und die frische Melk saust da rein. Ah, da. Ich sehe das erst mal gar nicht wohl. Du bist... Hast du nicht den Finger davon? Das ist der richtige Fehler. Gut. Und da. Gut. 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 Jetzt beide unter dem schönen Hintergrund. Auf Stopp, wo drücke ich da? Ich glaube, wie startet es heute? Genau.